Und dann brauchen wir die Material Generator und dann können wir dort herstellen. Okay, alles klar. Aber da bist du ja noch bei, also dauert es noch gut, okay. Was bin ich dabei? Mit deinem Ding da. Mit was? Ja, hier mit deiner automatischen Maschine, die weitermachen, den Faden quasi. Ist effektiv gesehen, ist die schon bei dir? Ja, aber das Quizbook, das geht ja noch weiter, da bist du ja bei. Ich arbeite mit dem. Wer sag ich dir? Das ist meine Baustelle. Eine gute Kante, Schnellock. Ich mache das einfach, ich rechne das jetzt hier ab. Das ist so blöd. Macht das Fischchen nicht eigentlich irgendwas, also die Fische alle in eine Ecke zu quitschen? Was? Das habe ich nämlich verstanden. Wahrscheinlich müsste das mit Brexform irgendwie aktivieren. Weil die hängen ja irgendwie alle hier rum an dem Ding, aber irgendwie passiert da nichts. Wer lässt denn hier so eine ganzen Kacksteine liegen? Das war ich, Entschuldigung, ich war gerade einmal ausblutigend gerade. Kackt doch hier nicht überall hin. Ja, ich kann es gerne in den US. Ja, ist klar. Null. Nein, da ist irgendein anderes Viech gesponnt, was wir noch gar nicht gesehen haben. Ja, ist übrigens ein Fledermäuschen, was ich verpügt. Ich, ja, ich weiß. Klag mich doch nicht, Mann. Das war ich nicht, Mann. Nein. Aber heiligen Geist. Da haben wir verprügeln hier zusammen. Das hat... Das ist ein Pickelbär. Wegen die Fenster. What the fuck, Leute? Wallen der Fenster, what the fuck? Oh, der war schnell down. Ja. Ich glaube, das ist wegen einer grünen Sache, Junge. In meinen drei Sekunden Gedächtnisse zügig schon. Was sieht das denn aus? Mann. Es sieht sehr komisch aus, weil es so komisch eckig ist. Wie habt ihr eigentlich das Gold bekommen? Durch eine Quest oder? Ich glaube, ja. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, wir haben einen Vieh getötet. Und das hat dann getroppt. Okay. Warte, was muss denn schon wieder? Irgendwas kaputt hier. Goldnergutsch. Was ist das? Closed und Ast. Was ist das? Was ist das? Es gibt irgendein Holz, was wir kaputt machen können. Dann kriegt man Goldnabes raus, der Fug. Es gibt auf jeden Fall Goldbienen, wie ich das sehe. Ja, die gibt es. Ich darf schon besiegen. Und was auch immer O-chum-bo-brick ist. O-chum, was ist O-chum? Wie krieg ich das? Irgendwie wolle ich das kriegen. O-chum-chip durch eine Biene, krass. Also, Bienen sind unser Hauptproblem hier. Gut, nächstes Buch, Bienen. Ja, ich komm nicht mehr weiter, oder? Ich bekomme jetzt das Preußbienen. Ach, das ist Botanik hier? Schweben die bei euch auch? Jaja, das sind Schwebende. Das Ding heißt Literally Floating Daisy. Ja, keine Ahnung. Das hört doch nicht an. Kann ich dieses Akashi-Tome wieder irgendwie zurück verwandeln? Äh, keine Ahnung. Das fragt mich doch sowas nicht. Warum bist du eigentlich nicht? Ja, wie haben wir eigentlich Dirt gemacht? Indem wir die Scheiße aufgesammelt haben. Vom Boden. Glaube ich nicht. Dirt kommt von dem Boden. Äh, ja, mein... Ich weiß nicht, was du machst. Ich weiß nicht, was du machst. Der, wenn wir das machen. Ja, Sandro und Bama. Irgendwann wurde die geht's wieder mal. Wir haben einfach jeden Scheiße. Wir haben einfach keine Erde. Bist richtig. Wieso ist da oben ein Mana-Splitter? Wie viel Erde brauchst du? Alles, was du hast. Also ich geb dir zum fairen Preis 1 Dortblock pro 1 Goldbar. Nein, Spaß. Das ist Skelett. Das ist Skelett-Tötete. Danke für die Erde. Alter, aua. Bist du dir weh den zu hauen. Jaaaa. Ich komm, wie bist du? Ja, ich fall. Bist du? Hi. Fallen wir nicht. Ich hab ein Viech gefunden. Ist er untergefahren, oder was? Nein. Alles klar, Tobi. Entschuldigung. Tobi, dich gebaut? Wollte ich nicht. Schade. Äh, ich hab ein Platz. Er hat meine Plattform zerstört mit dem Creeper. Kann ich, jetzt kann ich meine Erde dafür nutzen, die ich von Chris bekomme, um die wieder aufzubauen. Und nicht auszubauen. Entschuldigung. Ich schwöre, hier in dem Spiel ist kein Erdemangelware, Junge. Toll. Das war jetzt perfekt, dass ich Blöcke von Chris nicht bekomme, um das jetzt hier alles aufzubauen. Das war jetzt genau, wie es davor war. Jetzt hab ich das aufzubauen gemacht. Alter, danke. Ben. Ja, das war's nur, wo ich das hier bin. Ja, warte, wo ich das hier bin. Warte, big book of beasts, also shit. Weiter geht's. We shall look in the world of happy-hatch. B-he-haves, also ich geh mal von außen, was habt ihr noch nicht, oder? sonst wird ja hier nie was passieren soll das jetzt heißen soll das sugarcane nicht wachsen oder habt ihr das jetzt mal umgenietet das wächst noch nicht wieso weil ich sugarbo mir das dauert halt doch bestimmt ein bisschen schneller mit genau ja ich warte und ich habe 60 jetzt kann ich dafür warum ist der meiner spreader weiß ich nicht ich habe ihn nicht geplayt ja nicht meiner ist momentan ich auch nicht bis jetzt nicht zum glück kann ich minecraft und habe jetzt zum glück zucker gemascht und nicht papier ich habe drei stück erstmal ein guide schreiben wie man papier macht also was ist für dich papier toby ist das jetzt bücher weil bücher aus papier sind oder bücher ist papier ich könnte das ding ist halt eine beschriftung eine eindeutige beschriftung ist ja schwierig du musst deine liste machen ja ja genau also die werden ja auch irgendwann eine grüßenauslage haben das fehlt erstmal nur jetzt und dann hat für hier dann automatisch ist hoffentlich das sowieso ja was habt ihr für eine holzarmut hier alter wie mache ich das wie soll ich denn so hier arbeiten wie soll man so viel arbeiten was soll ich denn hier raus gehen was wach ich wo will ich haben bleib an was was war der mein guck wer macht da jetzt Fenster weil wo soll ich denn hier raus gehen da nichts ich schmeiß mal her ich will nur lesen ich habe die eh ich 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 It increases the worst movement speed after taking damage Increase or decrease? Increase Okay, okay Tobi? Welche Kiste kann ich für Botaniker claim? Die hier Da wo Flanken ist, ist Botaniker Oh ja schau, man sieht sogar wie ich's trage, geil Echt? Ich mach jetzt was anderes Schau, guck mal bei mir, guck mal bei mir Ja bei dir auch Ja Äh Tobi, hast du irgendwie sniper mäßig geschickt? Was habe ich? Was habe ich schon irgendwas sniper mäßiges? Sniper mäßiges? Ja, alter ein Bogen Nee, hab ich nicht Dann sollte ich Beim Holzarmut sagt Chris, ich fick hab genug Holz da Ja, ich hab das, war in der letzten Kiste Nein Was macht ihr da hinten? Nee, nee, es war nur hier ein kleines Bogen Ich hör, ich hör, ich hör so'n Boom Nein Ist nichts Schlimmes passiert Nee, nee, nee Aber Match Effects Genau Kein Problem Hermann, kleiner Babycreeper, den hab ich irgendwie nicht gebraucht, keine Ahnung, oder? So Ja, wo hast du ne Rolle? Wollt ihr einen bestellen? Neu Alter, wie klein ist denn die Chance, bitte? Kleiner als Tobi Äh, ich kann, ich kann Bienen spawnen Nee, die sind, äh Nee Das sind die Pokale auf dem Map, glaub ich Das sind die Pokale auf dem Map Und die sind außerhalb dem Map Also ist ja praktisch Ja, die kommen aber wieder Mhm, also ich place mal mein Bi heute hier irgendwo Äh, ich place alles auch mal hier, das ist meine Ecke Was ist deine Ecke? Was ist deine Ecke? Du machst... Ach, deine Biene? Willst du da jetzt schreien? Was für eine Biene? Ach, du hast dir so eine Biene gestockt, oder? Ja, bin ja krass Geile Idee Ne, nicht geile Idee, Questbook hat er gesagt Boah, krass Honeywell Honeycreme Wie können wir denn? Das ist schön Und mein Invental ist erstmal voll wieder Aber ja, jetzt habe ich auch schon Ja, wo stecken wir das denn alles in? Ins Schneenest, wo ist das ab? Baumaterial Ich definiere das einfach aus Baumaterial Keine Ahnung Beastbone Pack Mana Splitter Das ist auch so ein Mannersplitter Wiesst du, das sieht auch so aus, ne? Ich vermute mal das wie das mal Wie das Item, was da oben auf dem Ufen steht, so sieht das aus Was? Was? Einiges 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 1200 Sekunden Du hast Das ist Sherlock Hast du ja gut festgestellt, Sherlock Ich sehe so, wie schon viel Zeit ist Ja 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 Oh, danke 20 Minuten, Alter Mehr, schneller Ja Breeding Time, oder was? Ja Republish Time Help the bees find there Was? Portugies? Das ist auch so ein Portugieser, ne? Ist so, ne? Immer die Portugieser, ne? Ja, ich will jetzt auch mal meine Spawnern, die ich hier hab Bist du Was hast du? Was hast du? Tepin, ne? Warte, 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 warte Die Letzte sind mir abgehauen Was? Weil du es so festmachen müsstest, ist dumm, weil du verlieren zu leben Ich will sie nicht festmachen, wo ich stehe Ne, ja, ich glaub nicht, dass sie Leben verliert, aber ich, äh Machst du die? Ja Warte mal Ja, du sollst dich spawnen Okay, ja Ah, komm mal Geh da rein Geh da rein Hörst du chillen? Ja, wegen der Poppy, der folgt ja, aber ich hab angst was die Ich weiß halt nicht, wie das hier richtig funktioniert Kann jetzt schickter werden können Einfach durch prübeln ausprobieren Learning by doing ist das halt Ja Der ist ja nur gucke, wenn nachher keine Biene mehr ist Ja gut, äh Typen, irgendwann wollen wir schon eine spawnen Ich hab noch ne Biene Ich hab noch eine Biene Drum einmal her Ich schau jetzt mal Hier Ich hab noch das hier Und das Und das Neiin Föge mal her, du Stück Scheiße Ich hab Angst, die Puppi los haben die bestimmt alle wieder ab Wie kriegt man die da rein, guck mal hier steht Biest Ich schau doch grad nach Ja du hast ein Bier im Beekeepers Hupt Bier, das hier Wollen wir mal hier mit? Weiß ich nicht, steht auf jeden Fall Protect from Sting, so toll Jetzt gehen die da aber auch nicht rein Ich dachte das wär so ein Vader Auto Feeding Mode Okay Ja voll dank Wieso Hast du irgendwas rausgefunden? Ich hab nicht gegoogelt, wenn du das wissen willst Ne, mein Killer guckt doch grad, hat er gemeint Guck was Machst du mir das Äh Irgendwas Der hat irgendwas unten drunter gebaut Er hat die ganze in Gläser reingedonnert Du musst die Du musst die wie Ne Also der hat das so gemacht Mir kriegt vielleicht ganz gut damit aus anfangen Weiß nicht Ich bin dafür grad wahrscheinlich zu blöd Wahrscheinlich ist gut Ich meine Ziemlich sicher Was? Die sind da drin jetzt Wie ist drei Stück? Wie ist drei Stück? Ich hab keine Ahnung, ich hab nichts gemacht eigentlich Sind da einfach so rein? Ich Das hat so 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 Oh mein Gott Schön, der kommt gleich in 100 Sekunden Box Expansion Box Was macht denn das Ding? Okay Warte hier, du bist der Imker Komm mal her Bin ich jetzt der Imker hier? Ich will hier nur Brokers machen Du bist der Botaniker im Imker War ja alle War ja alle unfäse Komm mal her Hier Hier My god, bleib doch stehen Hier Hast du das schon angelegt? Ähm Erinnert das was, wenn ich sage nein? Kann ich das nicht kennen Nein, Spaß P Was ist Neon Shuko Bee Spawning? Oof Pilling Bowe Pilling boba Pau Pilling Spee Längste Protective Bus In Visorb Hm Farmer und Collector B Quarry and Lombard Oh, peace, Fergus. Es schaut richtig schön aus mit, dann gut. Was? Ich bin sexy. Sexy, Chris. What's all the buzz? Honey generator. Why not burn it, what the fuck? Was ist da passiert? Ich glaube, das ist einer nicht. Sweet Bee. Hier wohnt eine Biene drin. Eine Sweet Bee. Ich blick ehrlich gesagt nicht. Eine Sweet, eine Sweet, eine Sweet, Alter. Sweet? Eine Sweet, nicht eine Sweet. Sweet wäre hier gut. Wet. Da ist das gleiche. Eine Sweet Bee. Aber das ist noch empty hier. Empty bitches. Ich bin beide natürlich angriffen. Nee, normalerweise. Ja, ich hab das Nest drauf, ich krieg kein Damage. Ich krieg auch kein Damage. Bis jetzt. Oh, Leute, ich bin echt müde, jetzt ganz mittlerweile schon. Das wissen wir. Leute. Ich hab schon wieder falsche Items hier in den Ort. Dings reingetan, hier ist er in das. Ja, deswegen bist du ja unser Lager. Ja. Ja, 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 ja. Irgendeiner muss. Mhm, mhm, mhm. Hey, Chris. Hey, Chris. Ich hab hier dieses Egg. Neon-Coco-Beast-Bondex, soll ich das benutzen? Nein. Sicher. Ja. Warum? Weil ich grad das sag. Quest-Complated. Was hast du gemacht? Ich hab einfach das auf OK gedrückt. Wo? Naja, hinter der Rose war halt so ein Protektiv-Beast. Und da kannst du auch OK drücken. Uh, da sind aber Sachen dabei. Also, da muss ich nur OK sagen. Ich hab jetzt ne Neon-Chuckle-Beast-Bondex, ein Collector-Beast-Bondex und ein Farmer-Beast-Bondex. Als erstes spawnt meine Farmer-Beast-Bondex. Leute, die hat nen süßen Hut! Die hat nen süßen Hut! Leute, die ist nicht rein. Die ist in den Nest rein, oder? Ja. Ähm, dann spawn ich meine Neon-Coco-Beast-Bondex. Oh mein Gott. So, ich ist auch da drin. Und dann spawn ich jetzt meine Collector-Beast-Bondex. Es gibt anscheinend Bee-Cages, damit kann man die einfangen. Naja. Ich finde es aber gut, dass die alle reingehen sind. Bee-Char, Bee-Cage, Honey-Bottle und Holz. So, und wo soll ich das Campfall jetzt passieren? Ja? Weißt du, den Creep hast du gesehen. Ja, ich wollte hier noch ne Schleuse bauen. Warte, was mach ich gleich mal. Hier, warte. Und der Trans-Beehive kommt. Okay, hat Boom gemacht. Hat nicht so ganz funktioniert, Arthur. Das war, glaub ich, ein, zwei Schläge zu viel. So ein Mobbing-Kreis war das grad. Ja. Ja, gut. Komm. Der Mobbing-Kreis von uns beiden. In welchem Beehive ist die nicht hier? Ja, gut. Was war das denn? Das hört sich gut an. Hä? Das weiß ich nicht was du... Ah, da ist er. Ähhhhh. Der hat eine Elytra für ein Emerald. Haben wir noch ein Emerald? Bisschen. Ich weiß, wo die Emeralds alle von hierher gegangen sind. Ähhhhh. Ja warte. ja moment 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 heißt ja nicht dass wir nichts mehr kriegen das ist das was hast du fliegen auch immer die kriegt heute ziemlich schnell der wird mich unter die insel kleiten und weg lustigerweise genau dieses gefühl habe ich auch behalt ihn mal da lass mir den villager bitte ich habe keine ahnung wo der villager ist bei uns ja danke soll ich dir den villager lassen ha toby du hast den letzten auch schon getradert ja ich bin damit umgegangen du nicht das richtig wo ist unser heini wo ist er jetzt hin keine ahnung ja ich sollte noch hier halten man aber ich war nicht mal da also du sagst wir sollen halten ein mensch mal war jetzt wieder aber das dauert dann jetzt schon wieder jemand nur misst hier reinge place ich krieg die krise und probi du bist ja auch der lagerwagen ja ihr seht doch wo was hinkommt ich schottier's ja auch ein also für selbst war ich außer meiner botaniker gehst du nirgends wegen genommen gebt euch mal diesen kleinen banner der da oben aufgeht gamescom opening night am 20.08 ja ich bin müde ich habe keine lust mehr aber warum was warum ich habe ihn okay ich gucke was ich kaufen also brauchen wir sand ne ne ich krieg halt 1 ich krieg 8 tschüss ich krieg halt 8 sand für einen emerald ob dich das lohnt ist die frage ja das ist natürlich nicht also ich könnte elitra für uns alle kaufen dann können wir alle fliegen würde ich jetzt einfach machen ne ich krieg nur 3 wer hat nur maximal 3 aber dann haben 3 der wird auch schon disconnected hat du korrekt wer da gewesen ist zu viel bekommen hat er jetzt selber verpackt ich habe jetzt sand gekauft für den rest und sonst hier kille und was ist denn das cliff of fire was ist das ist glaube ich für es brauchen wir später um irgendwie zu beschwören wir verfolgen dass hier zu schule menschen feiern und es ist so per kinder ich habe ich irgendwie hier einmal deins wo ist chris aktivieren tut es in dem wir noch mal leertaste drückt also die springen und dann ja ich meine killer weiß das glaube ich nicht aber die gehen ziemlich schnell kaputt oder nicht oder das so ich ging kaputt ja die ging kaputt ne ich bin nicht das gut das kann aber auch sein dass sie mit der mod vielleicht nicht kaputt gehen also die haben hier eine durability wollte ich nur mal so sagen ja gut dann packe ich den packe ich dann erstmal wenn wir die nicht brauchen ich packe die erstmal weg ich mach mal eine kiste für unsere privatsachen ja oder jeder kriegt nicht privatkiste warte mal so soll es sein irgendwo hatte ich noch schilder wo sind die dann habe ich die alle verbraucht was los oh gott bienennester abbauen ist nicht die bestätigte nee warum brauchst du schon auch ab weil ich die assets wirklich bessere ist das waren meine bienen aber nicht verbrannt ja doch ich schon ja meine bienen ich habe ihnen neues Nest hingestellen sollen sie einen arsch da rein bewegen naja das wollen sie glaube ich jetzt nicht mehr was sie glaube ich jetzt noch schnell meine farmer biene ist nämlich da oben ich finde jetzt den baumbrot mit dem pfanzer auf や ich k da war aber keine drin was ist denn das für eine ne Sweet Bee? Er kann es vielleicht... Sweet Bee, Sweet... Sweet... Gut, dass du es lange sagst. Was ist das denn für eine... Die Neon-Kuckuck? Hast sie mich noch? Hast sie mich noch? Hast sie mich noch? Lass doch die Tür zu! Schau ich kein ganz lieb an die Biene. Hier hast sie dich ja auch nicht. Ich weiß dich aber nicht, ich schau es dir da an. Aber ich bück hier jetzt nie wieder raus. Hier ist nie wieder raus, Ludi. Ja ich hasse die Biene. Ja, wir haben jetzt ganz gut Kohle. Echt? Wie viel hast du noch bekommen, Konto? 2500, was bist du eigentlich? Kohle, Kohle, Kohle... Wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht alles wegbomben von Creepern. Das wäre unschön. Die Biene da draußen noch. Schau aus. Warte, welches ist denn das? Die ist denn das? Ich werde es sehen, wenn die meine gleich kommen. Will die meine hauen? Wieso? Nee. Weißt du nicht? Hier habe ich jetzt ein besseres Ding, da kann man reingucken. Guck, jetzt steht mal da die Biene drin schön. Oh, man sieht ihr Leben und alles. Protectivity High. Weather Tolerance. Non-Behaviour. Diagonal. Ein Glas, kein Glas. Du kannst da raufklicken, reingucken. Ah! Tobi ist... Jetzt bist du rausgegangen, jetzt kannst du dich nicht mehr rein. Ich habe es gesehen, alles gut. Tobi kann... Nein... Nein... Vielen Dank.